hallo meine freunde in dem heutigen video möchte ich mit euch teilen wie man aus einer ganz normalen vielleicht etwas größeren garderobe eine schöne coole kleine capsule wardrobe machen kann denn es ist absolut okay eine große garderobe zu haben mit der man einfach arbeitet und aus der man einfach für eine saison für sich oder für mehrere saison eine kleine auswahl raussucht und einfach diese kleine auswahl genießt die teile auch richtig häufig trägt und dann für die nächste saison holt man die neue auswahl raus und freut sich auf die neuen kleidungsstücke die man dann vielleicht eine längere zeit schon nicht mehr an hatte und so auf diese weise bleibt kleidung spannend auf diese weise hat man auch einfach eine intention dahinter dass man auch wirklich die auswahl die man getroffen hat auch viel trägt und seine freude an der kleidung hat und meine beste taktik wie man aus einer größeren garderobe eine capsule wardrobe machen kann die möchte ich heute mit euch teilen und wer neu auf meinem kanal ist und gerne solche art mode videos guckt ich lade aktuell drei videos die woche hoch dienstags 19 uhr donnerstags 19 uhr und sonntags auch 19 uhr und gleich der allererste tipp den ich euch geben kann ist es vergesst mal für den moment alle empfehlungen bezüglich einer capsule wardrobe die ihr bislang irgendwie so gehört oder aufgeschnappt habt damit meine ich dass häufig sachen empfohlen werden man beispielsweise unbedingt einen trenchcoat braucht oder unbedingt ein weißes t-shirt braucht oder diese eine jeans damit es eine echte capsule wardrobe wird aber diese dinge die würde ich an eurer stelle ich persönlich mache das auch so vergessen und mich nur auf die auswahl konzentrieren konzentrieren die ich immer im kleiderschrank habe also die ihr in eurem kleiderschrank habt denn letztendlich geht es jetzt gerade darum aus eurer garderobe ohne neues einzukaufen eine schöne käpsel zu machen und die teile neu zusammenzustellen und neu zu kombinieren also konzentriert euch nicht nur auf die teile die ihr wirklich gerne tragt damit daraus eine runde sache wird ok und wenn ihr jetzt in diesen sortierprozess einsteigt dann würde ich euch empfehlen euch zu beginn erstmal nur auf die basics zu konzentrieren die ihr besitzt basics sind die goldschätze eurer garderobe das sind hoffentlich die qualitativ etwas höheren teile das sind die teile die definitiv bequem sind das sind die puren cleanen neutralen kleidungsstücke die wirklich sehr sehr verlässlich sind im alltag was zähle ich zu basics für mich in meiner garderobe sind basics t shirts die pur sind so wie beispielsweise das was ich jetzt aktuell trage zum beispiel ein schlichter strickpullover ohne viele details dran eine schlichte dunkle jeans ohne waschung also waschungen im allgemeinen dann auch hier nicht reinnehmen dann weiße sneakers dunkle stifiletten eine weiße hemdbluse ein blauer longsleeve ein schwarzer rolli das sind in meiner garderobe die basics ich meine grundsätzlich mit basics aber einfach nur die neutralsten kleidungsstücke die ihr in eurer garderobe besitzt das muss kein t shirt sein sucht einfach die teile raus die sehr sehr neutral sind wieso ist das wichtig basic kleidungsstücke sind zum einen sehr viel einfacher untereinander zu kombinieren damit fährt man sehr sehr sicher sie sind zweitens sehr wandlungsfähig das heißt wenn man dann noch ein besonderes kleidungsstück in die kapsel mit aufnimmt dann kann man dieses teil mit einem neutralen teil viel einfacher kombinieren und das führt dann wiederum zu drittens einer sehr klaren stilsprache das ist kein mischmasch sondern eine sehr deutliche aussage und das ist gerade so für den anfang wenn man gerade dabei ist mode für sich neu zu verstehen gerade dann finde ich ist das wichtig sich erstmal an diese sache zu halten und später wenn man dann sein modeverständnis ein bisschen verfeinert hat und ein bisschen mehr mit fingerspitzengefühl rangehen kann weil man es für sich so verinnerlicht hat was man für richtig hält dann kann man auch unterschiedliche stilrichtungen miteinander mischen und sie ganz bewusst einsetzen und sieht nicht aus wie ein kanarienvogel sage ich mal später hat man vielleicht seine eigene stilsprache entwickelt und kann outfits den eigenen persönlichen touch geben aber wenn man gerade erst startet und gerade so den ersten paar schritte läuft dann ist es besser und viel 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 einfacher wenn man ein kleidungsstück das sehr viel stilaussage hat mit einem neutralen basic kombiniert diejenigen die das alles schon können die gucken dieses video wahrscheinlich sowieso aus ganz anderen gründen also die basics die sollten den großteil darüber ausmachen so circa 80 prozent nach meinem empfinden nehmt euch diesen wert aber nicht allzu sehr zu herzen macht das nach gefühl für den anfang ist aber die empfehlung großteil dann jetzt im nächsten punkt achtet darauf dass diese basics die ausgewählt habt sich farblich sehr gut untereinander mischen lassen also kombinieren lassen es muss nicht alles perfekt sein nicht jedes muss unbedingt miteinander kombiniert werden weil man kommt ja auch nicht alle kleidungsstücke miteinander aber besser wäre es wenn die meisten das können und wie schafft man das am besten lassen sich auch hier wieder die neutralen farben gut miteinander kombinieren und auch schön durchmischen und ich habe letztens eine interessante frage bekommen bezüglich von neutralen farben denn ich habe auch festgestellt das kann auch so eine gewisse zweideutigkeit haben ich persönlich zähle zu den neutralen farben alle weiß schwarz grau beige und braun töne und alles was darüber hinausgeht also gelb rot und so weiter blau zähle ich auch zu den neutralen tönen weil blau in jeans auch häufig auftaucht aber alles darüber hinaus rot gelb grüntöne alles was so ein bisschen lauter ist sage ich mal das hat eine zu große aussagekraft weshalb es für mich nicht mehr zu den neutralen tönen zählt dann innerhalb dieser neutralen töne ich sag mal wir haben einen braunton den wir unbedingt integrieren möchten hängt es von dem eigenen farbtypen ab welche art braunton man dann auswählt wenn ihr noch nicht wisst welcher farbtyp ihr seid ich habe dazu eine ganze video reihe gemacht ich verlinke euch die mal hier oben dann könnt ihr euren farbtyp alleine zu hause bestimmen und am ende des videos gebe ich euch noch einen schönen tipp zum thema farbe also dranbleiben wenn ihr das lernen möchtet also wählt basics in neutralen farben aus damit macht ihr euch das leben viel viel einfacher dann im nächsten punkt sortiert ihr diese kleidung die ihr ausgewählt habt nach jahreszeiten in den meisten fällen sind basics solche allrounder dass sie sowieso das ganze jahr über getragen werden können aber hin und wieder hat man kleidungsstücke wie zum beispiel einen neutralen schönen wollpullover der mehr so in den winter reingehört den würdet ihr sowieso im sommer nicht tragen deswegen würde ich empfehlen für die klarheit fürs auge aber auch für euch so als einfachheit im alltag dass ihr das nicht vor euch seht und jedes mal ich denke naja es ist jetzt eigentlich gerade gar nicht saison dafür solche kleidungsstücke dann für eben die jeweilige saison zur seite zu legen okay dann im nächsten schritt könntet ihr besondere kleidungsstücke in eure käpsel integrieren ihr habt jetzt die basics ihr habt sie nach neutralen farben sortiert ihr habt jetzt nach jahreszeiten sortiert und jetzt könnt ihr die besonderen kleidungsstücke die ihr habt jetzt auch noch mit integrieren gucken wie fügen sie sich ein davon nur so 20 prozent circa aber auch hier wieder mehr nach gefühl gehen und mehr noch so nach dem eigenen empfinden was sich für euch richtig anfühlt solche besonderen teile beispielsweise sind in meiner eigenen capsule wardrobe zum beispiel die rüschenbluse die ich habe oder ein karierter wickelrock oder mein jeanshemd mit der stickerei drauf das sind kleidungsstücke die sind schon nicht mehr neutral genug sie haben schon eine große aussagekraft und geben einen gewissen stil vor beispielsweise könnte man hier einen kleinen vergleich starten wenn man eine normale weiße hemdbluse mit einer stoffhose kombiniert dann hat das einen ziemlich klassischen look kombiniert man eine weiße rüschenbluse die ja vom typ her sehr ähnlich ist gibt das ganze mehr so in die feminine richtung wir haben fast das gleiche outfit nur die bluse die ist hier so ein bisschen mehr in einen bestimmten stil verlaufen deswegen gibt das ganze hier mehr so in die feminine richtung solche besonderen kleidungsstücke die viele schöne elemente an sich haben die einfach nach was besonderem auch aussehen die würde ich an eurer stelle dann mit den basics kombinieren das habe ich ja zu beginn schon gesagt das ist das allereinfachste mit basics lassen sich alle kleidungsstücke kombinieren und damit macht man sich das leben sehr einfach und eine capsule wardrobe hat ja auch den sinn einem das leben zu vereinfachen dann morgens nicht mehr allzu lange vor dem kleidungsstücke zu stehen das zielsichere reinzugreifen und nicht ewig lange rumprobieren zu müssen weil man vorher nämlich mit bewusstsein eine auswahl geschaffen hat die funktioniert von der man weiß dass man sich auf sie verlassen kann und die dann im ganz normalen alltag einem einfach das leben vereinfacht okay dann sollten diese besonderen teile auch farblich natürlich in die käpsel integrierbar sein sie müssten nicht unbedingt untereinander farblich passen denn häufig ist es ja so dass wir dann ein besonderes teil mit einem basic kombinieren aber sie sollten zu den basics passen da würde ich darauf achten dass das dass die farben sich nicht allzu stark beißen dann stellt sich natürlich die große frage der anzahl und letztendlich ist das ja eigentlich das womit sehr viele leute starten nämlich mit der anzahl mit der erwartung dass man jetzt beispielsweise 33 teile in die garderobe integrieren möchte und sie achten dann schon bei der auswahl darauf dass sie nicht so viele teile davon oder nicht so viele teile davon integrieren hier an dieser stelle sage ich persönlich gehe das ganze so ein bisschen offener ran ob ihr jetzt ein bisschen weniger als 33 teile drin habt oder mehr das hängt von eurem persönlichen stil ab und von eurem lebensstil vor allem das muss sich für euch richtig anfühlen und für euch sinn ergeben wenn das jetzt eine capsule wardrobe wird die vielleicht 50 teile hat ist es auch okay das ist einfach dann euer euer ding das ist dann eure euer ansatz es muss jetzt nicht die klassische capsule wardrobe sein die einfach so klein konzipiert ist das wichtigste ist dass es für euer leben funktioniert okay und wer jetzt neu auf meinem kanal ist und gerne mehr zum thema persönlichen stil und farben lernen möchte der ist in meinem workshop stilbewusst herzlich willkommen den link findet ihr unten in der infobox der workshop ist kostenlos und es gibt täglich termine wir sprechen über das thema psychologie von mode wir sprechen über die richtigen längen der kleidungsstücke und ich zeige euch auch eine sehr einfache taktik farbe in die garderobe zu integrieren und da einfach sicher zu gehen dass farbe wirklich in der garderobe funktioniert also trage ich einen link für die hier unten und hier an dieser stelle könnt ihr euch auch in meinen newsletter eintragen dort gibt es wöchentlich e-mails zum thema garderobe aufbauen mit intention und hier an dieser stelle könnt ihr mein letztes video sehen dankeschön fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao